In dieser Stadt versteht niemand etwas von Musik. Nur ich, ich verstehe etwas davon. Ich versichere Ihnen mit meinem Ehrenwort. Marja Sergejevna spielt ganz zu großartig, fast genial. Ja! Ra, ram, tam, 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 da, tam. Ra, 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 tam, ra, ra. Gehen wir, Sayani. Gut, so wird es aufgeschrieben. Man könnte gegen Gedanken zwar erläutern, doch täten dann die Gänsemeute. Put, put, put! Wie, Sayani hat mit seinem russischen, billigen, noten Parfüm alles voll genehmelt? Warum schläft? Warum? Warum? Das guckt ihr so. Natascha hat ein kleines Verhältnis mit Protopopov. Und ihr steht da, bringt Tee und seht nicht, dass Natascha ein kleines Verhältnis hat mit Protopopov. Wollt ihr nicht die Dattel fein, dann steckt sie euch vorn und hinten rein. Gut, saf. All right. Gut! Gut!